Moin Leute und Willkommen zur nächsten Folge MudRunner. Wir wollen Oma besuchen und ja. Wollen wir mal gucken, wie wir das die Winde nicht einsetzen, nicht vom Gas gehen und bei Nacht. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ach du ahnst es nicht. Hiermit? Es gibt einen Tempomaten. Moment mal, das Tutorial muss ich mir mal angucken. Das Tempomaten ist so. Drücke R. Da kann ich das auch irgendwie. Ach erhaltendes Tempomat. Hey? Hey. Hey. Wir fahren einfach ohne Tempomat und Attacke. Licht. Wir fahren einfach nach und zum nächsten Mal. Na toll, hat ja super geklappt. Nein. Okay. Das muss man nochmal... Nein. Wieso bewegt er den denn, wenn ich die Kamera bewegen will, hallo? Moment mal. So, wechseln auf Nacht. Wenn der Tempomat drin ist, dann kann ich die Kamera nicht bewegen. Das ist doch alles Blödsinn. Das ist doch alles Humbug. Okay. Dann können wir auch den ersten Gang drin lassen. Und wir müssen einfach so mit dieser Kamera hier auskommen. Die Zügen können wir ja auch noch. Okay. Dann fahren wir halt im Schneckentempo durch. Nein, wir wollen den Ganghebel nicht bewegen. Er bleibt da, wo er ist. Tempomat bleibt auch an. Und jetzt versuchen wir Oma. Das ist doch mal. Okay. 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 Und jetzt? Lüsam ernährt sich das Ei-Könchen. Aber die Hauptsache ist ja, wir kommen zum Ziel. Jaaa, wir wollen auch mal überhaupt. Das letzte Mal war hier noch Asphalt, könnte ich schwören. Schon komisch, dass dieser kleine Wagen hier ohne Probleme durchkommt. Aber mit dem LKB bleibt man schon verstecken. Komm schon, komm schon, komm schon. Guck, da vorne wohnt Oma. Ach, Bonus-Ziel abgeschlossen, ich dachte, abgebrochen. Guck mal, du hast hier ne Fitz auf dem Hof, muss das sein? Hallo Kamera? Ich suche Oma. Okay, das war jetzt aber ein bisschen kurz. Challenges. Tja, die Frage ist, lohnt sich das jetzt noch diese Challenge zu starten? Ich denke nicht, Leute. Ich denke nicht. Das hört sich nach einer längeren Mission an, beziehungsweise Challenge, so wie dieses hier. Das hat auch 20 Minuten gedauert. Wir haben nicht mal alle Sterne erreicht. Und deshalb würde ich sagen, das wird jetzt eine kurze Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Däumchen da und ein Abo, wenn ihr möchtet. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Reingehauen. Tschau. Tschau.